Herzlich Willkommen zu Riester aber richtig. Wie Sie Gewinne sichern und Verluste vermeiden. Das, meine Damen und Herren, erfahren Sie in den nächsten drei Minuten und danach wissen Sie, wie Sie mit Riester Geld verdienen, aber nichts verlieren. Schauen wir uns also mal an, welche Möglichkeiten von Riester-Formen es gibt. Als erstes die klassische Variante. Die klassische Variante, da bekommen Sie hier Ihre Zulagen, Sie sehen es hier, und einen festen Zinssatz. Dieser beträgt ab 2015 nur 1,25% garantiert pro Jahr plus die Überschussbeteiligung der Versicherung und im guten Fällen kommen Sie daraus zwischen 3 und 4% pro Jahr. Der Nachteil bei der klassischen Variante ist jedoch, dass Sie voll der Inflation unterliegen. Das heißt, ist die Inflationsrate höher als Ihr Zinssatz von den garantierten 1,25% verlieren Sie bares Geld. Sie sparen fleißig, aber es bleibt wenig übrig für Ihre Rente. Die zweite Variante, wenn Sie eben nicht der Inflation unterliegen wollen, sondern eher in Sachwerten investieren, ist die fondsgebundene Variante. Da hoffen Sie, dass alles gut geht, aber Sie sehen auch hier, es kommt immer wieder zu Abschwüngen. Und diese Abschwünge sind besonders kritisch, wenn Sie gerade am Ende, also am Ende Ihrer Ansparphase passieren. Sie freuen sich auf Ihre Rente und auf einmal der Abschwung und am Ende bekommen Sie vielleicht das raus, was Sie einbezahlt haben. Das heißt, die Rendite ist unter Umständen 0. Auch nicht so schön. Welche Möglichkeit gibt es also, das zu vermeiden, beziehungsweise was sollte man denn von diesen beiden Modellen nun wählen? Klassische Variante, Festverzins oder Fonds? Die ideale Variante ist beides. Nun meine ich nicht, dass Sie ständig jedes Jahr die Versicherung ändern sollen, sondern Sie brauchen eine Versicherung, einen Riestervertrag, der es Ihnen ermöglicht, flexibel zwischen klassischer, sprich fester Verzinsung und Aktienperformance zu wechseln. Und zwar innerhalb der Fondanlage im Prinzip oder der Aktieninvestments ohne Verluste. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen mal hier anhand eines Beispiels. Im ersten Jahr ist alles super, der Aktienmarkt läuft, nirgendwo sind Wolken am Himmel zu sehen, also keine Krise in Sicht, alles super, Sie machen Gewinn mit Aktien. Perfekt. Im zweiten Jahr stellen Sie jedoch fest, Mensch, die Konjunktur trübt sich ein. Wir haben hier eine Krise, das heißt am Aktienmarkt ist mit Verlusten zu rechnen. Also was machen Sie? Sie wechseln in die klassische Variante und holen sich die 3-4% Rendite fester Verzinsung. Und im dritten und vierten Jahr wiederholt sich das Spiel entsprechend, je nachdem, wie sich der Markt gerade verhält. Und in dem Fall nutzen Sie die Vorteile beider Varianten, nämlich die feste Verzinsung plus die Zulagen, logischerweise bekommen Sie in jedem Vertrag. Oder aber die Renditechancen, die sich am Aktienmarkt bieten, aber ohne Verluste. Und wie das dann aussieht, sehen Sie hier. Das ist nämlich die Stress- und Verlustfreie Variante. Das heißt, es geht hier nicht mehr abwärts, sondern jedes Jahr nur noch aufwärts. Und in Jahren, wo der Aktienmarkt mal schlecht läuft und Sie trotzdem da investiert sind, passiert Ihnen nichts. In dem Jahr haben Sie eine Rendite plus minus 0. Sie sehen das mal hier schön dargestellt. Plus minus 0 heißt, Ihr Kapital vom Anfang des Jahres bleibt konstant. Sie können also nichts verlieren. So, jetzt sehen Sie hier, auch am Anfang geht es mal nach unten. Das sind in der Regel die Abschlusskosten dran schuld. Und wie Sie die reduzieren können oder zu Ihrem Vorteil umwandeln, das erfahren Sie, wenn Sie sich jetzt hier anmelden und eintragen. Fordern Sie die Infos an und erfahren Sie, welcher große deutsche Versicherer Ihnen genau diese Variante bietet. Nämlich die Flexibilität, jedes Jahr neu entscheiden zu können, klassisch oder formgebunden. Denn auch wir wissen nicht, wie sich der Markt in 5 oder 10 oder 15 Jahren entwickelt und was dann die beste Variante ist. Hier, durch diesen großen deutschen Versicherer, haben Sie die Möglichkeit, jederzeit, jedes Jahr neu zu entscheiden und sich richtig zu positionieren. Und zusätzlich, wenn Sie sich eintragen, erfahren Sie auch, wie Sie die Abschlusskosten reduzieren können und sich Ihr Geschenk sichern. Tragen Sie sich also jetzt ein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit neuen Erkenntnissen und Renditen, die Sie träumen lassen. Ihr André Rabenstein